Hallo und herzlich willkommen hier auf unserer Seite von Aktiv und Gesund BGM. Ich freue mich mitteilen zu dürfen, dass ich am 24. August gemeinsam mit Top Speaker Felix Anrich von der Verlohnung GmbH und Spitzensportler und Olympiateilnehmer Edgar Itt gemeinsam auf der Bühne stehen werde bei dem 10-jährigen Jubiläum des Medifit Rüsselsheim. Einer der bekanntesten und renommiertesten Arbeitgeber hier im Rhein-Main-Gebiet. Ich freue mich, dich als Unternehmer und Arbeitgeber dort begrüßen zu dürfen zu dem Thema Wie schaffe ich ein digitalisiertes, automatisiertes und gesetzlich gefördertes BGM? Einfach hier unten auf unserer Landingpage eintragen und dir einer der begehrten Tickets sichern. Ich freue mich auf dein Kommen. Ich freue mich auf dein Kommen.